Mit unserer mobilen Android-App haben Sie alle Informationen rund um VestaFlex immer in Ihrer Tasche. Sie beinhaltet unter anderem eine große Liste unserer Vertriebspartner, in der sich schnell der Nächste ausfindig machen lässt. Die App beinhaltet außerdem eine Mediathek, welche sich automatisch alle Neuigkeiten über VestaFlex aus dem Internet bezieht. Neben den Nachrichten stehen hier auch Videos über Produkte und deren Anwendung bereit. Des Weiteren bietet das Programm noch einen Rechner für unser Wohnbelüftungsangebot. Hierfür werden Sie aufgefordert, allgemeine Angaben über Ihr Wohnverhältnis zu machen. Nun berechnet die Anwendung die anfallenden Kosten. Die App bietet außerdem noch präzise Angaben über hunderte von Kesseln. Wählen Sie dafür den gewünschten Hersteller und das entsprechende Produkt und sofort haben Sie alle Informationen auf einen Blick. Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie mit uns Kontakt aufnehmen, berühren Sie den Menüpunkt Kontakt. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, unverbindlich Infomaterial anzufordern. Wählen Sie dazu die Bereiche aus, die für Sie relevant sind und geben Sie Ihre Adresse an. Das Infopaket wird Ihnen anschließend kostenfrei zugeschickt. Bestehen weiterhin Fragen, können Sie gerne telefonisch mit uns in Kontakt treten. Unsere Servicenummer ist im Kontaktmenü hinterlegt. VestaFlex App – ein absolutes Muss.